Und jetzt ist die Welt um einige schöner geworden. Ihr kennt das ja alles. Orange, was war hier denn los? Blau ist schon ziemlich gut. Wer ist Orange? Hallo. Hallo. Oh no. Boah, das war lach, ey. I'm such a good person. Oh, nein, nein. Easy. Ich wollte mich drauf gefasst machen, aber ich habe es nicht geschafft. Ganz trocken. Nein, was mache ich? Wir werden nun kein Pillerie, weil ich keinen Sound. Oh nein, nein, nein. Was tut ihr mir hier an, warum bin ich so dick? Die Weihnachtskekse, Junge. Achso, das sind diese verschissene Weihnachtskekse. Aha, aha. That's my shit. That's my shit. Oh, Leute, ich habe da was für euch. Oh, nee, du, ich klote. Alter. Fuck, was mache ich? Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, aber ich bin ganz leicht verloren. So, Leute, jetzt müssen wir um die Punkte hier schwitzen. Jetzt geht es um alles. Okay. Ich will die volle Schwitze. Wow. Bietere Pille. Die Punkte wird jetzt geschwitzt, weißt du. Oh, nein. Oh, Gott, was war denn? Wie konnte das passieren da oben? Ja, ganz einfach. Der Peril gewinnt, ich sehe es kommen. Nein. I'm so fast. Oh, my God. Ich Idiot. Oh, scheiße. Oh, yeah. Oh, yeah. Nice, damn skill. Oh, baby, I tripled. Ich sehe es, Monsieur Orange. Oh, mein Gott. Oh, oh, wer wird denn da jetzt sterben? Niemand, shit. Scheiße. Wir müssen das Spray-Pattern der Würmer auswendig lernen. Wenn du nach rechts senkst, dann fährt man nach rechts. Ja. Aber das ist auch ein bisschen tricky. Manchmal fährt man auch nach links. Stop it. Porn. Na. Ich mache einfach mal zu, dass er mich nicht holt. Jeden Tag, damit er weiß, was man machen muss. Ja, wie er natürlich durch mein Loch durchfährt. Alter, diese synchronen Linien in der Mitte. Ich habe noch nie so etwas Schönes wie das gesehen. This is so nice. I'm gonna help, please. Blau, blau. Ich habe euch eingegangen hier auch vor. Aber rief ich nicht. Nein. Oh, aber Orange. Oh, mein Gott, Leute, wir müssen alle auf Prrrrn gehen. Sonst gewinnt er, der alte Prrrrn. Leute, scheiße auf CSGO. Lass den Curve Fever Clan gründen. Ja, mit Sponsoren und sowas. Ja, damit gehen wir in die ESL, weißt du. Nein. Dann macht er noch. Gatschabitsch. Gatschabitsch. Wie? Er hat schon gewonnen. Ich war so close daran. Ey, wir haben das voll das schöne Gesicht, what the fuck. Ey, stimmt. Wir sind richtige Künstler. Aber weh. Nein. Diese Geschwindigkeit, diese abnorme Geschwindigkeit. Oh, wir machen einen wunderbaren Schniedel. Ach, fast. Na ja, wir haben einen kaputten Schniedel gemacht. Hey, guten Tag. Und jetzt ist die Welt um einige schöner geworden. Ja, können wir mit Counter-Strike eigentlich anfangen? Ich bin eh gerade am verlieren, von daher hat das keinen Sinn. Da können wir zusammen Buller-Spiele spielen. Ja, Buller. Oh, blah. Das ist eine Monomự. Das ist ein Monomop. Ja dann stehen bauen. Ihr Kanchen , bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.